Wir bekommen es immer wieder durch die Werbung suggeriert. Schöne Menschen sind erfolgreicher als andere. Aber Schönheit liegt wohl immer im Auge des Betrachters. Fakt ist, dass ein gesunder, trainierter Körper auch leistungsfähiger ist. Gesunde Ernährung und gezieltes Training sind hier eine wichtige Grundlage. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten, seinen Körper in Form zu bringen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit zu tun. Sehen Sie mehr im folgenden Beitrag. Hinter den Mauern des altehrwürdigen Johannesbades wurde vor einigen Tagen die Health & Body Lounge eröffnet. Das Leistungsangebot umfasst verschiedene Dienstleistungen, die darauf abzielen, den Körper ganzheitlich zu stärken und zu pflegen. Dieses Angebot passt bestens zum Leistungsspektrum, was man hier im Hause bereits anbietet. In diskreter und zugleich intimer Atmosphäre wird hier auf die persönlichen und individuellen Bedürfnisse der Kunden eingegangen. Mit dem Body Wave EMP-Gerät wird die perfekte Kombination aus innovativer EMS-Technologie, Radiofrequenz und hochintensiver elektromagnetischer Energie geboten. Das Gerät fördert effektiv Fettverbrennung, Muskelaufbau und Hautstraffung. Mittels elektrischer Impulse werden die Muskeln kontrahiert und entspannt. Gezielt können hier Problemzonen wie Bauchbeine oder Po trainiert werden. Gleichzeitig wird die Muskulatur gestärkt, das Muskelwachstum gefördert und der Stoffwechsel angeregt. Außerdem wird das Lymphsystem aktiviert, was zur Reduktion der Fettzellen führt. Eine perfekte Kombination. Body Wave EMP-Gerät ist das Lymphgerät der gleichen Marke, welches Infrarottherapie und Lymphdrainage kombiniert. Die Durchblutung wird gefördert und Muskelverspannungen werden gelöst. Ergebnisse der rund halbstündigen Behandlung sind unter anderem die Verbesserung des Lymphflusses, Umfangsreduktion, verbesserte Durchblutung, Entgiftung und Reduktion von Zellulite. Und dann gibt es da noch den Body Wave EMP-Chair, welcher eine moderne, zeiteffiziente, komfortable und nichtinvasive Behandlungsform bietet. Das Ganze ist komplett schmerzfrei. Kaum zu glauben, aber ein einziger Behandlungszyklus mit dem Stuhl entspricht etwa 10.000 Kegelübungen, ohne dass aufwendige körperliche Aktivitäten erforderlich sind. Geeignet ist der Stuhl sowohl für Frauen als auch für Männer. Gerade bei Inkontinenz oder der Beckenbodenstraffung nach der Geburt werden gute Resultate erzielt. Also die Motivation ist erstmal, ich bin schon ein bisschen älter, will meine Beckenbodenmuskulatur stimulieren und trainieren. Und dabei hilft mir dieser Stuhl sehr, sehr gut. Ja, und ich kann nur sagen, es ist sehr angenehm. Es ist warm hinten am Rücken, man wird leicht noch massiert. Ja, es ist einfach toll. Sie haben es gesagt, Sie sind schon etwas älter, aber ich glaube, das ist auch eine Sache für junge Frauen. Das sind ja immer so Tabuthemen, aber wenn man ein Baby bekommen hat, dann ist ja die Beckenmuskulatur nicht mehr so stark. Und wir kennen es ja alle, dann sollte man diese Übung machen. Und ich glaube, das ist natürlich eine Sache, wo man das sehr gut machen kann. Von Ihren Empfinden her? Sollte man unbedingt machen bei jungen Frauen. Die werden das auch merken, dass das in Kürze, gerade bei jungen Frauen geht das ja alles schneller, dass sie in Kürze dann wieder Erfolge haben. Dann wünschen wir Ihnen noch gutes Gelegenheit. Dankeschön. Der Wermutstropfen, die Leistungen werden nicht von den Krankenkassen übernommen, sondern sind reine Privatleistungen. Haben wir ihr Interesse geweckt? Die freundlichen und bestens geschulten Mitarbeiter nehmen Sie gerne an die Hand. Vereinbaren Sie jetzt eine kostenlose Erstberatung inklusive Testanwendung und überzeugen sich selbst.